Seid ihr bereit, euch der Frustration erneut hinzugeben? Auch wenn der Stream gerade scheinbar am Abschmieren ist Ja, mein PC glüht auch ziemlich Ich bin hier reingekommen und dachte mir, oh Bisschen wärmer, bisschen sehr viel wärmer Es wird halt immer grün und dann schmiert es wieder ab Aber es scheint sich zu regulieren Und dann doch wieder nicht Wir behalten das einfach mal im Auge Wir behalten das einfach mal im Auge Wieso? Das war fies Jetzt geh doch mal weg Nein Jetzt springt hier der Hund an mir rum Ja genau, genau da hin Raus mit dir So Ich habe diesen Hund sehr lieb Aber ich will gerade was machen Au Ich glaube das Essen, was ich mir gerade gemacht habe Und neben mich gestellt habe, lenkt mich auch ein bisschen ab Ich habe heute nämlich nicht so viel gegessen Ach, ich will eigentlich nicht so viel Oder ich will vielleicht noch was ich mir gerade machen Und ich will einfach so viel Und ich will einfach voll Als ob mich der Stein jetzt aus dem Schlag raus geboxt hat. Das ist alles sehr fair. Das ist alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, meine Minions haben ihn ausgenockt. Nur ein paar Millimeter zu weit. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Oh, ich wollte mir noch heilen. Au. Wäre auch nötig gewesen. Aua. Au. Jetzt sind seine Angriffe vor allem auch noch schneller scheinbar. Nein, mein Sprungbutton! Belastend. Ja. Buh. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nächster Versuch Aua Schon wieder in die Steine rein Die Steine sind der wahre Final Boss Ich hab grad den Controller nicht richtig in der Hand Ich hab grad den Lappen neu justiert Nein Spiel, du drehst mich nicht von dem Ding weg Ich mach das jetzt Wieso springt der die ganze Zeit Ich drück nicht mal springt Ich drück nicht mal springt Ich drück nicht mehr Ich drück nicht mehr Ich drück nicht mehr Au Ich hab's kommen sehen Das hab ich auch kommen sehen Das hab ich auch kommen sehen Das auch Ich bin so unfähig Wow Zwei Treffer zum Preis von einem Was hat mich da jetzt getroffen Ist da schon wieder ein Stein von der Decke gefallen Schuh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Pfeil doch wieder hin Danke, nett von dir Au Das war knapp Au Mein Konter-Move hat ihn gekillt Nein Don't Warum mache ich das? Immer wieder Stein Also zu der Sache Wir machen so lange Bis wir den geschafft haben Wie lange seid ihr gewillt Euch das anzutun? Vor allem wenn die ständig so dumme Sachen machen Wie die hier Geh weg! Wann ich werde wieder in den Stein reingedasht Jetzt komm schon Von ihm weg ist immer eine schlechte Entscheidung Aber zu ihm hin ist gerne mal ein Stein im Weg Bis zum nächsten Mal Bist du just Bist du Bist du Bist du Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich dachte, das ging nicht! Ich dachte, das ging nicht! Ich meine, ich sollte es wahrscheinlich nicht versuchen, aber... Ich dachte, das ging nicht! Ich sollte es definitiv nicht versuchen! Hallo! Helo! Ich sollte es noch nicht aufeinander vergessen! Puff's going. Wuh! Ah! So, es gibt so diese 10% der Versuche bei dem, die einigermaßen gut aussehen und es gibt die anderen Prozente, wo ich einfach nur dumm in alles reinrenne. Sorry guy, man, wo ich jetzt bin. Guck dir. So, um, ich bin einigermaßen. So, ich bin einigermaßen gut bei euch. So, um, das ist ja so wichtig. So, um, das war es natürlich bei euch. So, ich bin einigermaßen gut bei euch. So, ich habe Pubegecseide. Äh, ja, 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 ja. So, ich habe einen großen Schlagart für den Team. So, ich bin einigermaßen gut bei euch. So, ich bin einigermaßen gut. Ich bin, es bin einigermaßen gut. Du unfairer Haufen Scheiße Hör auf jetzt damit Ah 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020